Willkommen zum Video, hier zeige ich dir den ganzen Inhalt von Plazas in Promenade CELC in City Skylands. Viel Spaß damit! Die erste Straße ist eine Straße mit breiteren Fußgängerwegen. Die normale ist da hinten, die hat Parkplätze, die andere hat keine Parkplätze und hat breitere Fußgängerwege. Davon gibt es zwei Varianten, einmal die in eine Richtung und einmal in Beilrichtung. Die Brücke ist eine normale Straße. Dann haben wir eine kleine Straße mit Mittelstreifen aus Beton, Grünstreifen und mit Bäumen. Davon gibt es auch Brückenarten. Dann haben wir eine kleine Straße mit vier Spuren. Davon gibt es selbstverständlich auch eine Brücke und von allen soll es auch eine Tunnelart geben. Dann haben wir die vielsprüge Straße einmal mit Buschspuren. Von der Version gibt es auch nochmal eine mit Brücke. Dann eine dreispurige, in eine Richtung führende kleine Straße. Selbstverständlich wieder eine Brücke und Tunnel. Das mit vier Spuren auch nochmal. Und dann kommen wir zu den sechsspurigen Straßen. Die haben Mittelstreifen aus Beton, aus Gras und mit Bäumen. Davon gibt es auch eine Brücke. Und einmal mit Bäumen und Buschspur. Dann kommen wir zu den Autobahnen. Es gibt eine kleine einspurige Spur, nur für Busse. Dann eine in beide Richtungen führende Straße, Autobahn, nur für Busse. Davon gibt es auch eine Variante mit Lärmschutzwand. Und davon gibt es natürlich auch wieder Brücken. Dann haben wir eine dreispurige Autobahn mit einer kleinen Buschspur. Davon gibt es eine auch mit Lärmschutzwand. Diese Buschspur ist auf der inneren Seite links. Wenn man dann rechts die Autobahnausfahrt hat, ist das dann links. Insgesamt kommen 18 neue Straßen dazu. Alle sind kostenlos, da muss man kein DLC für kaufen. Hier seht ihr nochmal kurz die erhöhte Variante, die ganz hoch ist, mit den Seilen. Die kleineren Straßen haben sowas nicht. Und es gibt jetzt einspurige U-Bahn-Schienen. Die sind auch kostenlos dazu. Jetzt wechseln wir zum Bezahlenhalt und zu den Fußgängerzonen. Einmal gibt es eine Variante, nur mit Pflasterung, damit. Grün Streifen rechts und links, einmal mit Bäumen in der Mitte und einmal rechts und links Bäume. Dann gibt es nochmal eine mit einer Buschspur. Die gibt es einmal jeweils in einer kleinen Variante und einmal in einer breiteren Variante. Und von denen allen gibt es drei verschiedene Pflasterungsarten. Einmal diese helle und diese etwas dunklere. Ich zoome mal jetzt ein bisschen rein. Dann sieht man das. Ja, ist noch okay. Dann gehen wir zur dritten Variante. Die sieht so aus. Ja, ein bisschen unscharf finde ich. ja, also, sieht nicht schön aus. Ich hoffe, das ändern die nochmal, aber es sieht recht verpixelt aus, muss ich sagen. Das sind jetzt einfach mal alle auf dem Haufen. Bereits bestehende Straßen kann man durch einen Fußgängerweg verbessern. Bei einem Campus kann man das besonders gut anwenden, da alles an das Hauptgebäude geliefert wird. Ihr müsst also nur das Hauptgebäude an der richtigen Straße bauen. Alle anderen könnt ihr auch an einer Fußgängerstraße bauen. Wenn du das jetzt einfach an irgendeiner Straße machst, bei irgendwelchen Gebäuden, dann werden solche Symbole aufploppen. Und das heißt, die kriegen ja keine Waren, es wird kein Müll abgeholt und dann gehen die Gebäude unter. Solche Gewerbegebiete, einzigartige Gebäude, Parks und so weiter müssen in der Fußgängerzone sein, damit die auch richtig funktionieren. Die Servicegebäude sind dazu da, damit die Fußgängerzone auch wirklich richtig funktioniert. Dieses Gebäude nimmt Waren an und beseitigt den Müll. Davon gibt es eine größere Variante und eine kleinere Variante. Dann gibt es ein Servicegebäude, das nur für die Fracht ist. Davon gibt es jeweils wieder ein kleines Gebäude und ein großes Gebäude. Dann gibt es ein Servicegebäude, das nur den Müll wegbringt. Davon gibt es eine kleine Version und eine größere. Servicegebäude und Fußgängerzonegebäude müssen beide in einem Gebiet sein. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu den Busspuren. Die kostenlose Busspur ist eine Autobahnbusspur und man kann keine Bushaltestellen dran platzieren. Bei der Fußgängerzone-Bussspur kann man das machen. Da kann man Bushaltestellen dran platzieren, wie man lustig ist. Es gibt von dieser Busspur auch eine erhöhte Variante, was da überraschend ist, dass man da auch auf einer Brücke Bushaltestellen platzieren kann. Das ging vorher auch noch nie so. Fußgängerstraßen haben keine Tunnel, aber haben alle Brücken. Was ich mir jetzt als erstes gedacht habe, ist, bei einer normalen Straße, wenn man da einen Fußgängerweg dran bauen wollte, geht sowas natürlich nicht. Das wäre jetzt eigentlich cool, könnte man das mit einer Fußgängerstraße verbinden. Leider geht das nicht. Finde ich schade, verschwendiges Potenzial wäre gut gewesen. Mit der Fußgängerbusspur funktioniert das aber. Man kann aber nicht von der Fußgängerbusspur einen normalen Fußweg verbinden. Das ist richtig schade, weil dann hätte man ja so eine Treppe bauen können, wo die Leute zur Heilstelle hätten gehen können. Ja, keine Ahnung, warum man sowas nicht macht. Ich verstehe es nicht. Es gibt auch neue Dienstleistungsgebäude mit erhöhter Kapazität. Das ist das Polizeirevier. Ich finde es recht schön, besser als das alte. Hier die neue Feuerwehrwache, die große. Das ist schon eine Feuerwehrzentrale oder was auch immer das ist. Und hier das Krankenhaus. Das Krankenhaus sieht ziemlich gut aus. Also das hat schon was. Es gibt drei neue Schulen mit hoher Kapazität. Das ist die Grundschule. Das ist die Oberschule. Das ist die Universität. Die Kapazitäten der neuen Schulen sind das Doppelte höher als von den alten Schulen. Es gibt fünf neue Netzwerke für die öffentlichen Verkehrsmittel. Einmal eine U-Bahn-Station, die erhöht ist. Die sieht so aus. Dann eine kleine U-Bahn-Station. Sieht recht fein aus. Das mit der Treppe sieht irgendwie scheiße aus. Es hat zwei U-Bahn-Stationen. Das ist das Besondere. Es hat zwei solche. Und einmal dieser Klotz hier. Der hat eine kreuzförmige U-Bahn-Station. Dann gibt es noch einen erhöhten Bahnhof. Und zuletzt einen wirklich kleinen Bus-Bahnhof. Der hat ganze vier Stellplätze. Die Leute fahren da rechts rein. Und ich weiß nicht, wieso die da nochmal nach rechts fahren und an der Stelle da rausfahren, wo sie reingefahren sind. Anstatt einfach geradeaus zu fahren auf die Straße. Das sorgt nur für Stau. Es ist Schwachsinn. Aber City Skylines halt. Nun kommen wir zu dem Teil, der bei Promenades und Plazas Plazas bedeutet. Das ist der erste Plaza. Insgesamt gibt es zehn Stück davon. Ich labere jetzt nichts dazu. Ich zeige es euch einfach so. Das hier ist ein Dach. Das ist ein Gebäude. Und das geht auf beide Seiten. Das hier ist wieder ein Bauwerk, das auf beide Seiten geht. Bei diesen Bauwerken, die auf beiden Seiten sind, passt auch ein breiter Weg durch. Hier ist wieder dieses Dach. Dieses Dach hat aber so Wasserspiele davor. Wasserspiele finde ich eigentlich total cool. Nur sehen sie hier relativ recht bescheiden aus. Mit dem Update kommen sechs neue einzigartige Gebäude dazu. Das erste ist so eine Art Fußgängergasse und da drauf ist ein Gebäude. Da hinten dran kann man den Weg noch erweitern. Das nächste Gebäude sieht recht normal aus. Das ist einfach ein Gebäude irgendwie. Das andere sieht für mich wie ein richtig normales Gebäude aus. Also überhaupt kein einzigartiges Gebäude. Keine Ahnung. So spektakulär sind die auch nicht. Das ist auch ein etwas höheres Gebäude nur. Irgendwie nicht besonders finde ich. Und was auch immer das da ist. Dieses bunte, was in meinen Augen brennt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Wenn ihr sowas cool findet, baut das. Aber ich kann damit nichts anfangen. Das ist mir zu bunt. Das finde ich aber cool. Das ist so eine Mall soll das sein. Die ist auf mehreren Ebenen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und es gibt natürlich neue Props und platzierbare Sachen. Auch ganz viele neue Platten. Diese Platten finde ich noch recht schön. Also die rechts und links vor allem. Die haben schöne Pflastermuster. Die kann man gut verwenden. Es gibt noch ein paar mehr. Die sind ziemlich bunt. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Wenn ihr eine Verwendung dafür habt, dann macht das ruhig. Aber ich brauche die nicht. Hier sind diese ganzen kleinen Props. Dazu sage ich nichts groß. Guckt sie euch einfach an. Es gibt neue Gebäudespezialisierungen. Einmal für Wohngebiete. Einmal für Bürogebiete. Und für Gewerbegebiete. Davon gibt es jeweils von allen 48 neue Gebäudes. Das ist sowas Neues. Wand zu Wand. Hier seht ihr die Gewerbegebiete. So sehen die Gewerbegebäude aus. Und die sind teilweise wirklich Wand an Wand gebaut. Bei denen sieht man das schlechter. Aber bei den Wohngebieten ist es beispielsweise besser. Hier sind die Bürogebiete. Das finde ich auch recht okay. Und zu guter Letzt die Wohngebiete. Die gefallen mir am meisten. Und da erkennt man wirklich, dass manche wirklich Wand zu Wand gebaut sind. Es gibt 5 neue Karten, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Ich zeige sie nur kurz im Überblick. Und das war's. Ich hoffe, ich denke, ich habe alles gezeigt, was im Plasus Promenade DLC vorhanden war. Ich finde das DLC bis jetzt so richtig gut. Aber es gibt auch Dinge, die mich stören. Dazu werde ich auch noch ein Kritikvideo machen. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.